Man ist mega herzlich empfangen worden. Es fängt schon beim Schmuck an, beim Schönsten eigentlich. Die Bags, ich fand, dass sie verschiedene neue Stylen haben. Und der Preis ist recht rechtlich, also ich liebe es. Das Buffet war wirklich sehr lecker. Das Buffet war wirklich sehr lecker. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020